Musik Neue TÜV Rheinland Station, sichere Autos in Siegburg. Großzügig, transparent und kundenfreundlich, so präsentiert sich die neue TÜV Rheinland Prüfstelle in Siegburg am Stallberg 1. Die Station wurde am 20. Juni 2012 im Beisein von Bürgermeister Franz Huhn und Professor Jürgen Brauckmann vom Vorstand Mobilität TÜV Rheinland eröffnet. TÜV Rheinland wird in diesem Jahr 140 Jahre alt. Die Prüfstelle Siegburg ist fast 50 Jahre hier am Stallberg. Und wir wollen eben bei uns der Verkehrssicherheit nicht nur verpflichtet fühlen, sondern sehr viel dafür tun. Auch in Fahrzeugentwicklung wollen wir auch die Fahrzeughauptuntersuchung hier moderne gestalten. Das Handbremsseil der Vergangenheit ist die Elektronikprüfung der Zukunft, elektrische Motorsteuerung, ESB und ABS. Alles muss funktionieren, auch der Airbag muss funktionieren. Unsere Aufgabe ist es hier, das sicherzustellen. Nach rund einjähriger Bauzeit empfangen Prüfstellenleiter Achim Offizier und sein Team die Kunden jetzt in den neuen Räumlichkeiten. Der TÜV Rheinland investierte rund eine Million Euro in den Neubau. Für mich ist an dieser neuen Prüfstelle das Besondere, dass sie hell ist, freundlich für den Kunden eingerichtet. Sie ist mit der neuesten innovativen Technik ausgerichtet, in Bremsentechnik, Stoßdämpfertest, alles in allem ein gelungenes Projekt. Nach dem Motto, alles unter einem Dach, befinden sich nun auch die Räume für die theoretische Führerscheinprüfung am Stallberg. Seit dem 6. Juni wird die Theorieprüfung nicht mehr bei der Firma Chor in der Marschstraße angeboten, sondern am neuen Standort über den Prüfbahnen für die Fahrzeugprüfung. Die moderne Prüfung am PC kann zu den bekannten Öffnungszeiten abgelegt werden. In Siegburg finden mehr als 7.500 Theorieprüfungen pro Jahr statt. Die erfolgreich bestandene Führerscheinprüfung wird vom TÜV mit einem Gutschein für einen kostenlosen Check des ersten eigenen Fahrzeugs belohnt. Geprüft wird am Standort in Stallberg schon seit 48 Jahren. Vor 42 Jahren habe ich von meinem Vater einen R4 geschenkt bekommen, Kennzeichen SUHH 850. Und mit dem musste ich erst mal zum TÜV. Und meine Freunde haben mir dann geraten, geh nicht selber, schick deine Freundin, heute meine Frau, heute noch so gut aussehend wie damals mit Minirock. Das hilft ungeheuerlich. Aber inzwischen ist der TÜV auch ein reines Dienstleistungsunternehmen. Und ich glaube, der Minirock, obwohl er noch immer so gut aussieht an meiner Frau wie damals, wird heute beim TÜV nicht mehr weiterhelfen. Wer sein Fahrzeug zur Haupt- und Abgasuntersuchung HUAU bringt, kann die Wartezeit bei einer Tasse Kaffee und Zeitungslektüre verkürzen und dabei gleichzeitig durch die große Glasscheibe einen Blick auf die beiden Prüfbahnen werfen. Kunden können aber auch die TÜV Rheinland-Experten beim Check begleiten, um sich das Ergebnis oder etwaige Mängel erläutern zu lassen. In der modernen Siegburger Zwei-Gassen-Prüfanlage können die Kfz-Experten alle Fahrzeuge kontrollieren. Egal ob PKW, Motorräder, Anhänger oder Wohnmobile und Caravans. Aber auch LKW inklusive kompletter Sattelzüge und Fahrguttransporter, Busse und landwirtschaftliche Zugmaschinen nehmen sie unter die Lupe. Neben HU und AU umfasst das Service- und Beratungsangebot Sicherheitsprüfungen, Änderungs- und Vollabnahmen, Gasprüfungen, Stoßdämpfer, Bremsflüssigkeits- und Lichttests, die Ausstellung des Gebrauchtwagenzertifikats, den Verkauf von Feinstaubplaketten sowie die Erstellung von Haftpflicht, Kasko, Wert und Oldtimer-Gutachten. Um Wartezeiten zu vermeiden, können sich Kunden über das Internet unter www.tüv.com slash Termin oder telefonisch einen Termin geben lassen. Wer dann länger als 15 Minuten wartet, erhält im Rahmen der Aktion frei ab 15 sein Geld zurück.